So. 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 Wer ist Traitor, ja. Genau. Seid ihr schon da, alle? Tanja ist Traitor, die steht oben. Ne, du kannst jetzt auch kontrollieren direkt, gleich, irgendwann. Was seid ihr denn? Ob wir mit drauf sind. Wie kontrollieren? Ja, bevor du es am Ende wieder merkst. Achso. Ne, ne. Ne, ne, wir machen sowas. Ne, ne. Hi. Hi. Konstantin mit der Stahlung, die ja schon mal dranläuft. Hau ab. Hau ab. Ich hänge. Wieso hänge ich immer bei dir? Weil du genug bist. Halt die Klappe. Bumm. 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 Oh, ich habe nichts zum Nachleiden. Konstantin, lebst du noch? Ja. Er lebt noch, ja. Oh, jetzt habe ich was zum Nachleiden. Ich nicht. Konstantin. Mhm. Papa Leo. Okay. Marius, lebst du noch? Hm, gerade so. Gerade so. Gut. Tanja? Warum hat dich Leo angeschossen? Nein. Das, 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 das klang gerade nicht überzeugend. Warum sollte ich in dieser Hinsicht lügen? Weil du Traitor bist. Und deswegen verheimlichen, dass du mich angeschossen hast. Ja. Ja. Alter, ich finde keine Waffen. Das ist doch genau die Gelegenheit. Hier sind ganz viele Waffen. Die Waffen sind in den Häusern drin. Ah, jetzt habe ich eine. Wenn ich reden könnte, wäre das natürlich nicht schlecht. Ich habe nur eine, ich habe nur eine Shotgun. Das ist bestimmt ein Traitorraum hier. Ja, ja. Weil hier verdammt noch mal keine Tür ist. Wir waren eigentlich Shotguns, aber irgendwie ist hier gerade keine mehr. Ist ja bein. Ich sehe... Ah! Hallo, Tanja. Wo ist Tanja? Wo bist du? Über uns. Nani! Warum erst du drin? Weil ich auf dem Balkon unter dir stand. Hallo, Tanja. Hallo. Leo, ich habe Angst vor Tanja. Hast du? Dabei killt sie doch immer mich zuerst. Stimmt, ich brauche gar keine Angst zu haben. Außer sie killt natürlich mit dem One-Hit. Dann habe ich ein Problem. Oh nein, sie hat irgendwas in der Hand. Wann geht das nicht? Sie hat eine Taube in der Hand. Oh, hä? Und Konstantin hat sie gekillt. Hä, wie hast du mich getötet? Mit der Shotgun. Ja, aber ich war um die Ecke. Ne, bei mir nicht. Ja, wow. Das heißt um die Ecke, du warst so halb um die Ecke. Ne, ich war ganz um die Ecke. Bei mir nicht. Bei mir habe ich den auch teilweise sehen können. Ich meine nur, weil du mich nicht sehen kannst. Ja, richtig. Habe ich auch mal in Overwatch, ne? Weil ich kann ja sonst nichts. So wie du. Ja, richtig. Ja. Wenn du zugibst, dass du Hacks hast, dann gebe ich auch zu, dass ich Hacks habe. Ich habe aber keine Hacks. Siehst du? Ich auch nicht. Wait a minute. Hi! Hast du gerade da oben geschossen? Ja. Okay. Also Marius und Konstantin, ihr beide seid zusammen. Ja. Genau, wir sind beide Traitor. Richtig. Ach, ihr seid zusammen. Wie lange schon. Drei Sekunden. Interessant, gell. Oh, Glückwunsch. Wann ist die Hochzeit? Ich sag mal so vielmals. Wow, ey. Ich bin nur mit der Shotgun schneller als du mit dem Rifle. Bitte? Ich bin mit der Shotgun schneller als du mit dem Rifle. Ich will dich ja gar nicht töten. Ich will aber euer Liebesleben gar nicht wissen. Ah, meine Shotgun. Das ist ein liebes Leben, okay? Wer schießt zu er? Ja. Hallo. Konstantin. Hallo. Ah, hier seid jetzt alle da drüben? Nö, ich bin auch dazu. Da bin ich ja hier safe. Das ist gut. Da, 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 da. Bin ich hier sehr, sehr safe. Du bist so computerful. Also ich bin da weggegangen, Leon, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich seh auch den Marius grad zu gehen. Also bist du nicht mehr safe. Richtig. Verdammt, der Konstantin ist hier. Hallo, Ben. Wie hast du mich gefunden? Ich bin das Haus hoch und hab mich hier reingeguckt und warst du hier. Aha. Ich mein, es ist nicht so schwer, die einzelnen Etagen abzuklappern. Ich suche ne Waffe. Da unten war ein M16 gelebt. Ich will aber keine M16, weil der M16 scheiße ist. Aber es gibt hier noch Standardwaffen. Ja, es gibt einen Shotgun, richtig. Achso, die suchst du. Du musst halt deine Augen aufmachen. Tanja, lebst du noch? Ja. Kann man die Daube nur abschießen, wenn sie auf jemanden zielt? Ja. Okay. Hallo, Marius. Wo das, wenn er das fragt? Über mir, unter mir? Ich hab's für die vorige Runde gefragt, weil irgendwie ging's vorlang nicht. Nö, du musst treffen, Konstantin, hallo. Ich hab jetzt ne Shotgun. Das ist schön, dass du ne Shotgun hast. Aber bin ich auch. Ja, ich find's auch toll, wenn du mich damit erschießt. Hast du Marius getötet, um sie zu bekommen? Nein. Dann wäre ich tot, dann wüsste ich nicht mehr reden. Das wäre Kontraproduktiv. Das mag ich nicht. Ich würde Marius niemals töten. Niemals? Ja, doch, wenn ich Twitter wäre. Entschuldigung. So, was seid ihr denn? Wir kommen grad aus dem Horst raus. Da ist noch ne Shotgun. Wahnsinn, ey. Ich bin Ewigkeiten auf der Suche nach ner Shotgun. Und ihr findet einfach zwei? Ich hab schon jetzt die vierte gefunden. Oh. Ja, ich auch. Ich find auch ständig Shotguns. Wow. Ich mag ihn. Da liegen viele herum. So, Leo lebst du noch? Leo lebt nicht mehr. Leo? Marius? Oh, wer ist das? Konstantin? Na sowas. So, lebt jetzt der Marius noch? Natürlich nicht. Marius? Okay. Ich hab gesagt nein. Ich hab's nicht gehört. Und ja. Auf mit dem singen. Oh, das macht mir Angst. War ich ja auch mit dem singen? Mhm. Das macht mir Angst. Nein! Oh lol. Ich wusste was du das machst. Wird sie mich wieder Shotgun erschießen? BOOM! Wahnsinn. Ah, sehr schön. Schön, dass ich warst, oder? ich habe auf deinen kopf gezielt ja ich hab's gemerkt marius habe ich ein bisschen verkackt zu töten das sollte ja das war ein bisschen konstantin ein bisschen konstantin ja alles klar ja du kannst nicht zielen deswegen war es richtig deswegen war ich auch immer im overwatch bleib ja machst du aber nicht ja doch wer hat gestern gewonnen hast du dir jetzt mal natürlich habe ich meine hexen natürlich ist irgendwas besonderes was willst du schon wieder hier ich will wissen was besonderes ist warum bist du hier das ist nichts besonderes ich glaube der marius ist es hey leo ich habe es gesehen war eine disco jetzt kommt bobolator habe ich auch eine ich werde sowieso wieder als erster sterben also momentan ist die tanja bei mir ja ich sehe da hinten den marius der verletzt ist ja ja warum da gefallen weil konstantin mich angeschossen hat was jetzt fehlt noch der konstantin ich weiß nicht wo konstantin ist wo hast du denn marius gesehen der ist im haus da drüben wo hast du denn marius gesehen der ist im haus da drüben nein Tanja nein lol was war das da ist dass du da wenn du da stillstehst ein sehr guter ja ja der marius snipet da ist da ist der marius da ist da ist der marius was ich bin nicht da ich sehe ja wenn jemand versucht zu snipen wo seid ihr denn da liegt schon eine rifle vor dir ich sehe auch den marius ist nicht wo bist du denn ja dann ist er auch da wenn da der marius ist und der ihn gesehen hat konstantin finde ich aber gerade auch nicht konstantin lügt doch er ist doch traitor achja oh mein gott wer hat denn wer ist da gerade gestorben ja irgendjemand also tanja oder marius dann ist es Tanja ich achso ja gut ich bin ich habe gesagt Tanja oder Marius Konstantin hör deine lausche auf Tanja Tanja bist du der übeltäter ach mann red doch mit mir Tanja ich weiß doch dass du es bist ich weiß dass nur noch einer am leben ist und zwar ist der eine der am leben ist Tanja ich habe beide körper beide körper oh mein gott oh verdammt du bist genau von mir wieder sichtbar geworden oder Tanja ich war nicht sichtbar hä ok das war komisch ich weiß du bist du bist